Ah, stirb! Und hiermit herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist auch immer mehr zu Mari. Und ich muss höchstwahrscheinlich wiederlaufen, oder? Na, es war ja klar, Alter! Alter! Hey, so viel Laufen! Ah! Alter, das ist nicht normal! Hey, ich habe nicht so viel Ausdauer! Und hinten, hinten im Nacken... Ja, komm! Putsch, putsch, putsch! Lauf! Lauf! Nicht springen, nicht springen! Oh, 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 oh! Jetzt! Oh, das war, das war... Es muss schneller gehen! Nein! Nein! Alter! Nein! Ah, scheiße! Scheiße! Äh, ja, das ist jetzt etwas... Blöd! Okay, ich gebe mein Bestes jetzt wieder zum Laufen. Wieso stirbe ich? Komm, Alter! Das ist pervers hier! Das ist pervers! Ohne Witz! Komm! Alter! Das ist pervers hier! Das ist pervers! Das ist pervers hier! Ach, komm! Putsch! So! So, die Ausdauer geht natürlich auch weg, ne? Wie sollte es denn auch anders sein? So, ich bin fast am Abnippeln. So. So, ihr nicht durch. Ja, alter, er hat nicht unendlich Ausdauer. Was ist denn mit euch los? Hey, ohne Scheiß, es wird jetzt ziemlich... Ja, ne? Ich werde jetzt ziemlich fluchen jetzt. Du scheiß Kind, du. Na komm. Na komm. Natürlich das, was ich eigentlich so am wenigsten mache, ne? Und zwar laufen, ne? Das ganze Klettern und so habe ich natürlich zu wenig Punkte. Und wie sollte es denn anders sein? Was muss ich machen? Laufen. Tja. Koordiniertes Laufen. Naja. Also langsam. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt irgendwie... Ja, ich glaube Level 30... Äh, wäre denn... Ah, komm. Kann ich nicht über die Trübe springen, oder was? Jetzt weiß ich, warum das Solo ist. So. Hier lang. Da auch links halten, da kommt auch was raus, ne? Dann hier so rüber. Ja, 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 diesmal nicht mit mir, diesmal nicht. So, hier lang. Äh, ja, scheiße. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die mir eventuell weiterhilft. Schauen wir mal zu den Entwürfe. Es gibt nämlich... So einen Trank, ne? Ausdauer habe ich natürlich nicht. Mist. Tempo. Tempo ist gut. So, jetzt gebe ich mir den Tempotrank natürlich rein. Und werde versuchen, dann so schnell wie möglich zu laufen. Ne? Wo ist der Tempotrank? Komm her, stirb. So, jetzt. Ah, das geht natürlich schon um einiges besser. Ich muss halt aufpassen mit der Geschwindigkeit, ne? Mit dem komme ich nicht so gut klar. Aber bis jetzt sieht das Ganze ziemlich gut aus. Haha, ihr könnt mir gar nichts. Tempo heißt das. Ja, hier bringt Tempo gar nichts. Aber nochmal. Jetzt. Tempo. Tempo. Ja, den letzten Sprung, den schaffe ich irgendwie nicht, ne? Der ist ein bisschen blöd gesetzt. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht der beste im Movement. Gehört einfach dazu gesagt. So. Komm, Alter, komm. Du kannst mir nix. Na, falsche Richtung. Komm mal. Er springt immer. Einen kleinen, wirklich einen kleinen Satz springt einfach zu viel und bleibt nicht auf der Plattform stehen. Das geht sich halt nicht ganz aus hier. Aber ich probiere es jetzt einfach dort mal kurz langsam etwas. So, jetzt. Auf ein neues. Auf ein neues. Okay, das war schon ziemlich gut. Hier auch noch ein kleiner Satz. Ah, komm. Ah, das ist so. Wenn wir dann, wenn ich das nicht schaffe, bevor die Tempo-Tränke aus sind, dann habe ich wirklich ein Problem, ne? Okay, der Tempo-Tränk hält noch. Gut. Gut, gut, gut. Der hält noch. Ganz genau. Jetzt noch. Komm. So, jetzt habe ich ihn wieder. Das Problem ist, ich habe keine Medi-Klitz mehr, ne? Wenn es dann auf hart, auf hart kommt. Dann wird es womöglich etwas blöd für mich. Ich hasse es. Ich hasse dich am Anfang. Du schreist nicht mal, ne? Warum habe ich nicht mehr Zeit hier? So. Okay, ich gehe hier einfach mal unten. Immer. Denn ich kann eh drüber springen. Komm. Ich habe alle Zeit der Welt, Idioten. Vielleicht auch doch nicht. So, hier. Jetzt kommt die Stelle, die wirklich scheiße ist. Boah, ich habe es geschafft. Und jetzt? Okay, rechts kommt einer raus. Auf diese Treppe jetzt. Springen die alle runter? Ich hoffe, sie springen runter. Habe ich schon geschafft? Sieht so aus, ne? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt wird scheiße, würde ich sagen. Medi-Kit, zum Glück. Äh, ja, das sind jetzt zwei Medi-Kids. Ich muss wirklich aufpassen. Moldodorf-Cocktails könnte ich mir basteln. Alkohol habe ich genug. Das sind, glaube ich, wie viel kriege ich raus? Zwei, okay, schade. Hm. Jetzt wird's, glaube ich, ziemlich blöd. Ich schätze mal. Verfolge abgehängt. Netter Auftritt. Vielleicht bist du doch ein König. Des Drecks. Hier, Crane. Hier war aber schon mal. Ein Geschenk für den König. Ja, super, dass der hergeschossen ist, ja. Weder kannst du mich töten, noch besiegen. Du kannst mich nicht mal erreichen. Hm. Sag das nicht. So, jetzt hier hoch. Wo stehe ich hier überhaupt? Oben, auf der Stange? Okay. Ich muss ihn erreichen. Wer schießt wen? Wo? Einfach Lift fahren jetzt, oder was? Das wäre zu leicht, oder? Probieren wir's. Und trotzdem probierst du's. Zum Trost bekommst du etwas Untermalung. Untermalung? Sie haben nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Hm. Leichte Beute. Ausgenockte Feinde. Okay. Was ist das? Kräftiger Schlag am Boden. Die Musik des Leids. Gespielt von Sklaven. Der Weg für einen Sklaven. Okay. Danke und so. Komm schon, komm schon. Schneller, Gottverdammt. Schafft er das? Die Musik ist cool, ne? Musik von Sklaven für Sklaven. Na, komm. Ich hab ne bessere Waffe. Ich hab ne bessere Waffe als ihr. Hahaha. Ich wurde gesponsert. Mit nem Hammer. Cool. Zombies hab ich eigentlich eher selten mit Waffe gesehen. Boah, das Fisch ist da so einsam. Boah. Ja, wir looten sie etwas, denn ich brauche Medikids, ne? Und das hilft leider nix. Die haben alle nützige Rettengeld, ne? Ich will Medikids. Ja, komm. Hast du? Vielleicht? Nein, die haben nur Kaffee. Wieso haben die nur Kaffee eingesteckt? Wirklich, ist ja noch... Ist ja nicht normal hier. Und die Musik, die ist auch irgendwie komisch, ne? Und komm, wer will noch? Hahaha. Geh, Kiff. Fuck. Hahaha. So. Kann ich... Ich schätze mal. Wo geht's jetzt lang? Oder schafft er das? Nee. Okay, dann hilft nix. Dann müssen wir hier weiter, oder was? Hallo? Oder ist fast tot? Kräne. Reiss sagte, du würdest kommen. Du wurdest angeschossen. Was ist los hier? Das ist die Quittung. Für unsere Arbeit. Reiss hat uns betrogen. Ich bin auf dem Weg nach da oben, Karim. Ich schwöre dir, ich werde den Bastard mit meinen bloßen Händen umbringen. Nicht da lang. Auf den beiden Etagen über uns sind Minen. Geh durch den zweiten Block. So hoch du kannst. Dann kannst du zurückkommen. Sind das Minen, oder was? Ja, Minen sind blöd, ne? Okay. Weg mit dir. Hm, Karim konnte dich noch warnen, was? Es war richtig, ihn zu erschießen. Manche würden es für unsportlich halten, so ins Visier zu nehmen. Ich mochte dich lieber, als du noch nicht so viel gequatscht hast. Für mich hat das was damit zu tun, auf Augenhöhe zu sein. Den Ausdruck verstehst du doch, oder? Das war Bomber. Ja, das war sicher etwas fehlerhaft, dass der jetzt so herkommt. Ich muss aufpassen auf die Bomber, ne? Mit dieser Waffe habe ich natürlich den Vorteil, die können mir gar nichts und sind 1-Hit-Wonder. So, der Strom ist natürlich auch gut. So, du auch weg. Da draußen steht noch irgendwo einer. Okay. Aber die Frage ist, ich schätze mal, ich muss hier hoch, oder? Denn nach unten geht's nicht. So. Wupp. Alliopp. Oh. Da brennt alles oben. Ja. Ja, war etwas blöd geworfen. Aber es ist egal. So, die explodieren zwar, weil es ist keiner da, der was irgendwie holt, ne? Oh, fuck, alter. Weg mit dir. So. Fuck. Fuck. Das ist ein großer. Komm, alter. Ah. Okay. Es wird wirklich knapp. Fuck, alter. Ja, wie gibt's das? Das ist runtergefallen, oder? Okay, ich habe eine neue Kraftstufe. Sprungangriff. Er fordert eine Einhandwaffe. Na ja, einhändig bin ich eigentlich nicht so unterwegs. Warum ist denn das eigentlich noch gesperrt? Ah, 24 muss ich da sein. Na? Na, 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 wo seid ihr? Rein theoretisch kann ich das, glaube ich, alles skippen, oder? Ne, war ihr ernst? Darüber, oder was? Oder geht's anders auch? Fuck. Ja. Ja.